Hey Leute, Simon hier von Basic Tutorials. Es ist wieder soweit, unser Oster-Gewinnspiel dieses Jahr ist gestartet. Vom 5. April bis zum 15. April habt ihr jeden Tag die Möglichkeit, tolle Gewinne abzusahnen, die ich euch im Folgenden einfach mal kurz vorstellen möchte. Der PC-Hardware-Hersteller BeQuiet stellt einen CPU-Lüfter, den Pure Rock 2FX, sowie insgesamt sechs Lüfter bereit. Weiter geht's mit Tineco. Hier gibt's einen Pure One Air Pro zu gewinnen, einen handlichen Akkustaubsauger. Dann stellt Sharkoon eine Wasserkühlung, die S90RGB, bereit. Das ist die erste Wasserkühlung des Herstellers. Weiter geht es mit Streamplify, die gleich drei USB-Hubs bereitstellen, die einfach per Knopfdruck ein- und ausgeschaltet werden können. Dann haben wir hier oben eine Tastatur von das Keyboard, die X50Q. Eine wirklich sehr coole Tastatur, mit der man sehr viele individuelle Sachen machen kann. Darunter seht ihr schon in groß einen Monitor von LC-Power, den LC-M34-UW-QHD-165C. Einen sehr schönen Monitor im 34-Zoll-Format. Hier ganz in klein haben wir von KNICK drei Ringe, seht ihr. Die habe ich einfach mal beispielhaft dargestellt. Insgesamt wird es da vier Gewinner geben und jeder kann sich einen Ring in seiner Größe und Farbe aussuchen. Sehr cool ist auch der Gewinn von Alphacool. Insgesamt zwei 600 Euro Gutscheine gibt es zu gewinnen, sodass ihr eure Custom-Wasserkühlung oder auch eine All-in-One einfach direkt selber in deren Shop kaufen könnt. Und hier gibt es noch mehr PC-Hardware und zwar von Fractal Design, das Torrent Compact. Und auch das gibt es zweimal zu gewinnen. Und last but not least haben wir hier von AVM einen Fritz Repeater 3000AX, damit euer WLAN zu Hause auch immer richtig schön performt. Ich hoffe, euch sagen die Gewinne zu. In dem Sinne, viel Glück bei der Teilnahme. Bis dann. Ciao.